Das Pisten- und Flottenmanagementsystem SNOWSAT, der Käsbohrer Geländefahrzeug AG, unterstützt die Pistenbulliefahrer bei der bestmöglichen Präparierung der Skipisten, dem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen wie Wasser, Energie und Kraftstoff und bei der Senkung der Betriebskosten. SNOWSAT ist ein satellitengesteuertes System zur Positionsbestimmung und Schneetiefenmessung mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich. Voraussetzung dafür ist ein digitales Geländemodell des Skigebietes. Es wird im Sommer angefertigt und ist die Bezugsgröße für den Winter. Position des Pistenbulli im Winter minus Geländehöhe im Sommer ergibt die Schneehöhe. Das Display im Pistenbulli zeigt dem Fahrer somit immer, wo er bzw. andere Fahrer sich befinden und wie viel Schnee vor bzw. unter ihm vorhanden ist. Dies ermöglicht ein ressourcenschonendes Schneemanagement und effizientes Zusammenarbeiten zwischen Beschneier- und Pistenbulliefahrer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017